Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Energiewende darf sich nicht nur darauf beschränken, dass ich sage, ich will den erneuerbaren Strom. Ich muss auch dann akzeptieren können, dass der irgendwo erzeugt werden muss. Wir müssen Emissionsreduktionen erreichen in allen Sektoren. Es gibt eine Vielzahl von Technologien, die man nanophysisch verwenden kann, um die Emissionen zu reduzieren. Es ist relativ eindeutig, dass die Atomenergie eine Technologie ist, die wir nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, dass dieser Sense of Urgency, dass man den schon spürt. Manchmal ist die Schrittgeschwindigkeit noch nicht schnell genug, aber wichtig ist, wir müssen uns bewegen und wir werden schneller werden müssen. Dort sehe ich noch Luft nach oben.